In diesem Video bekommst du 10 typische Eigenschaften, an denen du erkennen kannst, ob die Frau oder der Typ, den du gerade datest, der oder die Neue auf der Arbeit oder im Freundeskreis eventuell an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt sein könnte. Dabei ist es ganz wichtig zu verstehen, dass keiner der in diesem Video genannten Punkte für sich alleine genommen beweisen könnte, dass dein Gegenüber an Borderline leidet. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, dass wenn viele, vielleicht sogar die meisten oder gar alle Eigenschaften aus diesem Video auf deinen Gegenüber zuzutreffen scheinen, es doch sehr wahrscheinlich ist, dass eine Borderline-Persönlichkeitsstörung vorliegt. Deswegen, wenn du dich für das Thema Borderline interessierst, bleib in diesem Video auf alle Fälle ganz bis zum Ende dran. Ja, die erste Eigenschaft, an der du erkennen kannst, dass dein Gegenüber eventuell ein oder eine Borderlinerin ist, lautet, dass scheinbar alle Interessen, welche du hast, auch von deinem Gegenüber geteilt werden. Das hat damit zu tun, dass Menschen mit Borderline in aller Regel über eine mehr oder weniger intensiv ausgeprägte Identitätsstörung verfügen, dass Menschen mit Borderline häufig gar nicht wissen, wer sie selber sind und was sie selbst wollen, für Hobbys haben, für Vorlieben haben und so weiter. Gleichzeitig haben Menschen mit Borderline auch eine Tendenz dazu, ihren Gegenüber zu spiegeln beziehungsweise eine Art soziales Mimikrie zu betreiben. Das heißt, die Eigenschaften ihres Gegenübers zu übernehmen. Und so kommt es nicht selten vor, dass man einen Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung kennenlernt und dieser sich für alles begeistert, für das man sich auch selbst interessiert. Bei einem Kennenlernen ist es dann in aller Regel so, dass der oder die vermeintlich Betroffene von einem selbst zuerst bestimmte Eigenschaften erfragt. Und nachdem man dann von sich berichtet hat, der Gegenüber bestätigt und freudig auch für sich zu erkennen scheint, hey, dafür interessiere ich mich doch auch. Diese Eigenschaften oder dieses Hobby habe ich schon sehr, sehr lange oder hatte ich schon lange vor, mich damit in nächster Zeit zu beschäftigen. Umgekehrt kann es sehr, sehr hilfreich sein, um Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung zu erkennen, eben nicht gleich von sich selbst zu erzählen, sondern den anderen, den eventuellen Borderliner, erst von sich erzählen zu lassen. Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung haben hier häufig sehr große Schwierigkeiten, von sich aus und als erstes bei einem Kennenlernen Hobbys, Eigenschaften, Vorlieben von sich selber zu nennen, weil eben die Identitätsstörung vorliegt. Deswegen die erste Eigenschaft ist, dass der oder die vermeintlich von Borderline-Betroffene sich für all die Dinge interessiert, für die du dich auch interessierst. Punkt Nummer zwei, Eigenschaft Nummer zwei, an der du eventuell erkennen kannst, dass dein Gegenüber Borderliner ist. Es wird sofort und nach dem ersten Kennenlernen eine fast oder sogar de facto unangemessen starke Nähe in der Beziehung aufgebaut. Das heißt, man kommt sofort von 0 auf 100. Es wird sofort den ganzen Tag über miteinander geschrieben. Da ist auf Tinder, Labu, per WhatsApp, Telegram, E-Mail oder was auch immer. Das fühlt sich erst einmal gut an, wenn man sich in einem Kennenlernprozess mit einer zum Beispiel attraktiven, tollen Frau oder einem tollen Typen befindet. Das fühlt sich auch erst einmal toll an, wenn man selbst jemand ist, der das Gefühl hatte, in zwischenmenschlichen Beziehungen häufig zu kurz zu kommen, zu wenig Beachtung zu erhalten. Trotzdem ist es ganz wichtig zu verstehen, dass gesunde Mensch mit einem gesunden Beziehungsverhalten und ja, die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist klassifiziert, unter anderem als Beziehungsstörung, das eben nicht tun würden. Man würde einen Kennenlernen langsam anbahnen. Man würde die Dosierung, was den Kontakt anbelangt, langsam erhöhen. Und ja, auch dann, wenn man sich wirklich für den Gegenüber interessiert. Menschen mit Borderline agieren diesbezüglich häufig anders. Menschen mit Borderline gehen sofort in einen extrem intensiven, fast schon symbiotischen Kontakt und können auch, und da sprechen wir gleich im dritten Punkt drüber, auch sehr ungehalten wirken, wenn dieser Kontakt nicht erwidert wird. Nochmal, das mag sich erst einmal sehr angenehm anfühlen, ja, zumal, wenn man in der Vergangenheit immer zu kurz gekommen ist, aber es ist leider auch ein Indiz dafür, dass dein Gegenüber an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt sein könnte. Ja, Punkt Nummer 3. Dein Gegenüber ist Verlustängstler. Und diese Verlustangst kann sich auch dergestalt zeigen, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, eure Beziehung wäre irgendwie beendet. Ihr hättet gar keinen Draht mehr zueinander. Wenn der Kontakt auch nur für einen kurzen Moment nicht stattfindet. Zum Beispiel, weil für ein paar Stunden nicht auf die letzte WhatsApp-Nachricht geantwortet wird. In jedem Fall aber ganz, ganz typisch, dass dein Gegenüber sich von dir disconnected fühlt, wenn ihr euch nicht mehr räumlich seht. Okay, das hat einfach damit zu tun, dass Menschen mit Borderline sehr häufig, nicht in allen Fällen wohlgemerkt, aber sehr häufig und zumindest in Teilaspekten, einen Defekt im Hinblick auf die Objektpermanenz, im Hinblick auf ihren Gegenüber aufweisen. Das hört sich jetzt erst einmal sehr fachlich an. Und ja, das ist auch ein bisschen fachlich. Objektpermanenz bedeutet einfach, dass ein Mensch ein natürliches Gespür dafür hat, dass ein Gegenstand oder ein anderer Mensch noch immer da ist, dass man sich noch immer dazu verbunden fühlt, auch wenn dieser räumlich nicht anwesend ist. Hier haben Menschen mit Borderline häufig einen zumindestens teilweise Defekt, was diese Objektpermanenz anbelangt. Und in der Konsequenz haben sie eben ja auch diese Tendenz, wenn man sich nicht sieht, räumlich auf der Arbeit oder auf einem Date eben ständig schreiben zu wollen, über WhatsApp, E-Mail, den Kontakt ständig fortführen zu wollen, um sich eben doch rückzuversichern, dass die andere Person, in diesem Fall du, immer noch da ist und um sich wenigstens noch irgendwie verbunden mit dir zu fühlen. Und dann natürlich auch entsprechend Leere zu empfinden, sich in die Leere geworfen zu fühlen, wenn diese Nachrichten nicht gleich beantwortet werden. Wenn also dein Gegenüber ungehalten reagiert, wenn du nicht sofort zurückschreibst, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass eine Borderline-Störung vorliegt. Und wenn dein Gegenüber dir sogar kommuniziert, ich fühle mich von dir absolut disconnected, wenn wir uns nicht physikalisch räumlich sehen, dann ist das auch ein starkes Indiz. Punkt Nummer 4. Natürlich ein Klassiker im Hinblick auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ja, trotzdem oder genau deswegen muss ich ihn hier ansprechen. Dein Gegenüber zeigt oder zeigte selbstverletzende Verhaltensweisen. Das zeigt sich klassischerweise natürlich an Narben, an den Armen oder an anderen Gliedmaßen. Die selbstverletzenden Verhaltensweisen können sich aber auch in selbstschädigenden Verhaltensweisen auf andere Art und Weise zeigen. Zum Beispiel Substanzmissbrauch. Zum Beispiel ein grundsätzlich schlechter Umgang mit sich selbst. Sich selber abwerten, sich selber beschimpfen, sich selber schlecht machen. Immer wieder Freundschaften und Beziehungen führen, sexuelle Kontakte eingehen oder ein Gegenüber sagt, naja, damit schädige ich mir eigentlich immer wieder selbst. All das und noch viel mehr kann zu den selbstverletzenden und selbstschädigenden Verhaltensweisen zählen. Ja, ist das richtig? Nicht alle Menschen mit Borderline verletzen sich selbst. Schon gar nicht im Hinblick auf das sogenannte etwas verharmlost so bezeichnete Ritzen. Ja, das stimmt. Aber dieses Verhalten ist doch so typisch für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass die selbstverletzenden Verhaltensweisen zumindestens im DSM 5 und meines Wissens nach nur und einzig und allein bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung als separates Symptom, explizit, als ein explizites Diagnosekriterium und zwar als eines der Hauptkriterien aufgelistet ist. Ja, so eine große Bedeutung haben selbstverletzende Verhaltensweisen und man muss auch ganz klar sagen, wenn eine Person sehr starke Vernarbungen hat, sich sehr stark selber schädigt, dann steckt in vielen Fällen, aber nochmal nicht in allen, auch tatsächlich eine Borderline-Störung dahinter. Punkt Nummer 5. Dein Gegenüber, das neue Mädel, welches du jetzt datest, der neue Kollege auf der Arbeit oder im Freundeskreis, idealisiert dich. Natürlich im Verbund, in aller Regel mit extremer Kontaktaufnahme, mit dieser fast symbiotischen Beziehung, die ihr miteinander haltet oder die von deinem Gegenüber, von dir eingefordert wird. Und du wirst dabei sehr idealisiert. Du bist der oder die Größte. Du kannst alles ganz toll. Noch nie hat sich dein Gegenüber von jemandem so verstanden gefühlt wie von dir. Und das alles meistens mit einer Abwertung anderer Personen. Menschen mit Borderline haben eine Tendenz dazu, ihren Gegenüber zu idealisieren oder zu entwerten. Naja, und wenn wir im Hinblick auf verschiedene Personen uns das Ganze ansehen, auch zeitgleich das zu betreiben. Es kommt alleine schon durch die Kontrastwirkung zustande. Wenn du idealisiert wirst, also in den Himmel hochgehoben wirst, sehr, sehr positiv wahrgenommen wirst, dann, naja, alle anderen Menschen, wie wirken die dann auf die Person mit Borderline? Und zumindest im Vergleich zu dir, naja, bestenfalls wie die graue, unbedeutende Masse. Schlimmstenfalls aber natürlich wie die absoluten Versager, Bösewichte, Menschen, die nur enttäuschen, etc. pp. Deswegen sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man mit einem Menschen zu tun hat, der dich idealisiert und schlecht über alle anderen Menschen spricht. Auch vor allen Dingen schlecht spricht über vergangene Partner, etc. pp. Objektiv gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle Menschen in der Gesellschaft absolute Versager, niederträchtige Hunde und so weiter sind. Und ja, ich weiß, auch ich habe sehr viel Frustration erfahren müssen durch meine Mitmenschen. Und auch ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich sehr auf alles und jeden geschimpft habe. Aber Realtalk und objektiv gesehen können wir uns vielleicht offentlich, ich fände es schön, darauf einigen, dass nicht alle Menschen zu 100% in der Gesellschaft niederträchtige Hunde sind. Und ja, und deswegen zeugt eine solche Darstellung natürlich immer auch von einer verzerrten Wahrnehmung anderer Personen. Und ja, eine verzerrte Wahrnehmung anderer Personen deutet auf das Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung hin und im Rahmen dieses Videos. Und vor allen Dingen, ich sage es nochmal, im Verbund mit den anderen hier genannten Punkten, auch auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Punkt Nummer 6. Dein Gegenüber schämt sich für seinen Körper. Es ist ganz, ganz typisch, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ihren eigenen Körper abstoßen finden, sich nicht leiden können. Das zeigt sich ganz, ganz häufig dann natürlich, also zum einen in abwertenden Kommentaren über sich selbst. Und das, das muss man auch ganz klar sagen, Menschen mit Borderline haben häufig eine Tendenz dazu, sich, ja, Pfauenschwanzartig häufig sehr präsent zu zeigen. Bunt gefärbte Haare, Piercings, Tattoos, das kommt statistisch gesehen häufiger bei Menschen mit Borderline vor, muss aber natürlich nicht. Und das ist auch kein Bashing gegenüber tätowierten Menschen, keinesfalls, das ist keine Beschämung gegenüber tätowierten Menschen. Ja, aber eben dann vor allen Dingen im Kontrast, wenn du da jemanden hast, der ist sehr attraktiv, durchtrainiert, sportlich, zurechtgemacht, aufgebrezelt, objektiv gesehen sehr symmetrisch von seinem Gesicht her, whatever, aber diese Person spricht da von sich selbst extrem abstoßend, hässlich, ja, unattraktiv zu finden, dann ist das ein typisches Indiz für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das kann soweit gehen, dass eine Körperdysmorphe Störung vorliegt, das also der oder die Betroffene oder vermeintlich Betroffene im Rahmen dieses Videos äußert. Ich empfinde meinen Körper als monströs, als missgebildet, als eine widerwärtige, teigige Masse zum Beispiel. Ich glaube, dass meine Geschlechtsorgane oder meine Ohren oder meine Nase entstellt sind. Natürlich immer unter der Prämisse, dass es objektiv gesehen nicht so ist. In der Konsequenz, Menschen mit Borderline trauen sich häufig nicht, auch im Rahmen einer Beziehung, auch bei Sexualität, sich vor dem anderen auszukleiden, bei der Sexualität das Licht anzuschalten und so weiter. Ich weiß, es ist auch klassisch, typisch, klischeehaft, dass Menschen mit Borderline sehr wild sein können bei der Sexualität. Ja, das gibt es ganz, ganz häufig, aber begleitet dazu, ja, trotzdem eine Scham zu haben, sich selber zu, ich sage einmal, zu zeigen, zu präsentieren. Eben wegen dieser negativen, unangemessen negativen, schlechten Selbstvernehmung des eigenen Körpers. Punkt Nummer sieben. Dein Gegenüber zeigt sich generell häufig hilflos. Oder, hier kommt ein dickes, fettes, oder reagiert sehr, sehr häufig massiv, unangemessen, wütend, aggressiv und impulsiv auf Probleme und Konflikte. Klar, diese beiden Pole, diese beiden Extrempole reichen sich auch manchmal die Hand gegenseitig, stimmt, aber in aller Tendenz, Menschen mit Borderline sind entweder immer extrem hilflos, können in einen Modus des Jammerns, des Klagens verfallen, das sage ich hier völlig ohne Wertung, das ist nicht lästernd gemeint, sondern rein objektiv, rational strukturiert als Feststellung, und wollen vielleicht von dir als der Angehörige, dass du sie errettest, die Probleme, die Konflikte löst. Das hat etwas damit zu tun, dass Menschen mit Borderline häufig emotional sich noch auf dem Stand eines kleinen Kindes befinden, dass sie häufig nicht Strategien für sich entwickeln konnten, die Zustände ihrer Hilflosigkeit oder wenn sie Probleme haben für sich selber auf eine erwachsene, rationale Art und Weise zu lösen. Auch das übrigens keine Wertung, keine Lästerei. Ja, auf der anderen Seite haben wir häufig massive Wutanfälle, impulsive Durchbrüche und so weiter und so fort als Klärungsversuch, als Antwort auf empfundene Konflikte, Ungerechtigkeiten und tatsächliche Ungerechtigkeiten. Ja, das ist eine mögliche, sich selbst angeeignete, aber natürlich noch sehr, ja, wie soll ich das sagen, archaische, basale Lösungsstrategie für eben die Probleme, die jemand hat. Ich persönlich würde das, und da glaube ich, würden mir auch andere zumindest in weiten Teilen recht geben, sehe das schon als eine etwas höhere Stufe als der Zustand der totalen Hilflosigkeit. Denn hier wird ja reagiert, hier wird ja zumindestens einmal draufgehauen. Nun, das schießt häufig über das Ziel hinaus und letztendlich möchte man immer relativ, man möchte ja letztlich angemessen auf Konflikte und Probleme reagieren. Und angemessen heißt wohldosiert, moderat. Ja, ganz wichtig zu verstehen. Das ist bei Menschen mit Borderline auch aufgrund ihrer emotionalen Instabilität selten. ist etwas, das man üben kann und sollte natürlich, führt letztlich aber, wenn man es wirklich beherrscht, auch irgendwo zu der Auflösung von Borderline-Symptomen und letztlich der Borderline-Störung. Das heißt, jemand, der das sehr gut beherrscht, ist zumindest schon sehr weit gekommen, was die Überwindung des eigenen Störungsbildes anbelangt. Typisch, klassisch Borderline ist aber entweder Hilflosigkeit oder Wut und Aggression oder manchmal auch abwechselnd beides. Punkt Nummer 8. Dein Gegenüber konsumiert Drogentabletten oder hat einen problematischen Umgang mit Alkohol. Substanzmissbrauch ist eines der, auch eines der großen Diagnose-Kriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung und wird genannt, ist dem Punkt untergeordnet der selbstschädigenden Verhaltensweisen. Menschen mit Borderline sind statistisch gesehen, da gibt es Studien, Metastudien zu, in sehr, sehr vielen Fällen substanzabhängig, sei es von Medikamenten bis hin zu einem Medikamentenmissbrauch, problematischer Umgang mit Alkohol, um Sorgen, Ängste, Probleme auch wegzutrinken. Aus demselben Grund werden häufig auch Drogen genommen, hat auch was damit zu tun, dass Menschen mit Borderline sich aufgrund ihrer Verlustangst und der relativen Unfähigkeit, alleine zu sein, häufig mit jedem abgeben und mit jedem heißt häufig auch mit den falschen Personen, dann in die zum Drogenkonsum kommen und deswegen in der Folge abhängig sind. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der ein Problem mit verschiedensten Substanzen hat, ist das tatsächlich ein Hinweis darauf, dass eine Borderline-Störung zusätzlich vorliegen könnte. Punkt Nummer 9. Muss ich auch nicht viel zu sagen, dein Gegenüber hat in der Vergangenheit Missbrauch erlitten. Punkt. Nicht alle Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung haben Missbrauch erlitten. Das muss man hier ganz klar sagen. Das muss man auch deswegen feststellen, weil ja auch Eltern zum Beispiel, die eine Tochter oder einen Sohn haben, bei der Borderline diagnostiziert wurde, dann häufig, weil das ja so gesagt wird, Borderline, die wurden alle missbraucht. Das stimmt nicht. Natürlich dann auch unter Generalverdacht stehen. Du hast ja bestimmt dein Kind Missbrauch, sonst hätte es ja kein Borderline. Das ist nicht so. Aber Missbrauch lässt sich in sehr, sehr vielen Fällen statistisch nachweisen. Damit muss nicht nur der sexuelle Missbrauch gemeint sein. Es kann auch Missbrauch des Kindes auf andere Art und Weise gemeint sein. Gewalt, ja, aber auch Vernachlässigung, ja, aber auch Überbehütung. Auch das ist irgendwo eine Form von Kindesmissbrauch, auch wenn wir das klassisch so nicht bezeichnen würden. Wenn dein Gegenüber dir erzählt, ich wurde auf diese oder eine ähnliche Art und Weise von meinen Eltern missbraucht, muss man ganz klar sagen, liegt dann in nicht wenigen Fällen auch eine Borderline-Störung vor. Ja, und Punkt Nummer 10 in diesem Video. Der letzte, nicht der unwichtigste. Dein Gegenüber wendet massive Strategien von Manipulation und Gaslighting dir gegenüber an. Diese Manipulationen werden ja sehr kontrovers diskutiert im Hinblick auf die Borderline-Störung. Viele Selbstbetroffene sagen, ich manipuliere nicht, während ihre Angehörigen sagen würden, doch, du manipulierst schon. In aller Regel haben Menschen mit Borderline mehr oder weniger viele mehr oder weniger bewusste oder unbewusste Manipulationsstrategien, die sie vielleicht selber so nicht wahrnehmen, weil sie einfach diese Manipulationen als eine Anpassung auf ein dysfunktionales Elternhaus vielleicht schon in frühester Kindheit sich selber angeeignet haben, um das eigene Überleben zu sichern. Das sage ich auch, um klarzustellen, dass wenn ich hier spreche von der Manipulation, der Borderliner, die Gaslighten und ihre Angehörigen durch den Kakao ziehen, dass ich das nicht wertend meine. Nochmal, das war für diese Menschen eine notwendige zu erlernende Überlebensstrategie. Hätten sie das nicht erlernt, wären sie heute in vielen Fällen nicht mehr. Ja, deswegen, man muss da mit vorschneller, negativer, moralisierender vor allen Dingen Wertung sehr, sehr vorsichtig sein. Aber eben, weil diese Strategien schon so früh erworben wurden, erkennen Menschen mit Borderline das häufig nicht als Manipulation, sondern nehmen das als ein normales Verhalten wahr, wie man sich eben verhält. Typisches Beispiel, objektiv gesehen unangemessen, sexuelle Verführung von dem Gegenüber, sei es die Lehrkraft, sei es der Vorgesetzte, wer auch immer. Das würde man normal in der Gesellschaft auch schon als eine Form von sozialer Manipulation bezeichnen, wenn man versucht, dadurch Aufmerksamkeit zum Beispiel zu generieren. Das wenden Menschen mit Borderline häufig an, glauben aber auch wieder im Hinblick auf vielleicht erfahrene Missbrauchsvorfälle in der Biografie. Das müsse man so machen, damit sich überhaupt jemand für einen interessiert. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn diese manipulativen Verhaltensweisen auffällig krass stattfinden, ist das sehr häufig ein sehr deutliches Hinweis auf Borderline. Die Motive sind nicht die Schädigung des Anderen in den allermeisten Fällen, sondern schlicht und ergreifend der verständliche Wunsch, beachtet zu werden, gesehen zu werden, Hilfe zu erhalten, Liebe, Freundschaft, Partnerschaft zu erhalten und vielleicht einfach der Mangel an besseren Strategien ist einfach nicht besser wissen, ist einfach nicht besser können. Hier wieder nicht wertend von mir ausgesagt. Ja, und deswegen manipulieren Menschen mit Borderline tatsächlich sehr, sehr häufig. Ja, jetzt zum Abschluss dieses Videos. Ich würde euch gerne noch einen Videotipp mit auf den Weg geben. Ich bin jetzt so ein bisschen am überlegen, welches Video verlinke ich euch in der Endcard. Entweder ein Video mit elf Symptomen im Rahmen eines Selbsttestes, wo jetzt auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dieses Video gesehen haben und sagen, naja, ich bin aber selber vielleicht ein Mensch mit Borderline und ich fühle mich auch irgendwie jetzt in diesem Video, naja, von dem Herrn dort gesehen. Ich fühle mich ertappt. Jetzt weiß ich nicht, habe ich nicht vielleicht sogar selbst Borderline. Ich habe eine Art Selbsttest in Häkchen auf diesem YouTube-Kanal mit elf Symptomen, um sich selber diesbezüglich zu überprüfen. Auf der anderen Seite habe ich auch ein Video auf diesem Kanal, wo sieben Borderlinerinnen ihre Manipulationsstrategien offengelegt haben und genau erzählen, wie sie andere Menschen manipulieren. Und das ist auch ein sehr, sehr interessantes und gut geklicktes Video auf meinem Kanal. Ich entscheide mich für den Selbsttest mit elf Symptomen. Das findet ihr hier oben zu meiner rechten. Gleich, wenn die Endkarten aufploppen, das obere Video zu eurer Linken. Hier die elf Symptome Selbsttest auf Borderline und hier unten rechts und bei euch auf der linken Seite findet ihr meine Borderline-Playlist. Und da ist auch das Video zu den Manipulationsstrategien drin. Klickt also gerne hier drauf. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende in diesem Video mit dabei geblieben seid. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Abonniert gerne diesen Kanal und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt sogar unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne im Kanal Mitglied. Haltet wie immer die Ohren steif. Lasst es euch gut ergehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. dringend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.